Daniel Buhmann auf Wiederbesuchstour. Bei der Franco gibt es ungeahnte Probleme. Da sind Schulden rum, wie hat sie es gesagt. Da fehlen sogar dem Restauranttester die Worte. Dass es so schlimm ist, habe ich mir nicht gedacht. Die Situation droht zu eskalieren. Er ist ganz erschrocken. Franco? Ja. Du wirst dich spucken. Hoffentlich verläuft Buhmanns zweiter Besuch bei seinem allerersten Fall von vor acht Jahren harmonischer. Was magst du schon wieder da? Buhmann der Restauranttester. Montag 20.15 Uhr auf 3+.